Diesen Look kann tatsächlich nicht jeder machen. Der ist ein wirklicher Advanced Look und zwar deswegen, weil man zwei Wickelkleider dafür braucht. Der Look ist entstanden damals im Pop-Up-Store 2017. Da war eine ganz liebe Mitarbeiterin, die mitgeholfen hat und der war so kalt und da habe ich einen Look erfunden mit ihr gemeinsam. Also erfunden, das sind eigentlich zwei Wickelkleider übereinander und den mag ich eigentlich richtig gern. Passt auch ganz gut für Herbst und Winter, aber wie gesagt, da braucht es ja zwei Wickelkleider. Ich habe zweimal Black Beauty jetzt bei der Hand und zwar einmal mache ich eigentlich nur ganz easy cheesy mit dem Black Beauty Bindegürtel das untere, die untere Variante zu. Da. Den schafft ihr den Look. Und dann, jetzt kommt, mega cool, ihr nehmt eure zweite Madame Kuklerrobe. Ich nehme es jetzt quasi genau in der gegenverkehrten Farbe und mache das, als Schal oben drüber. Ihr braucht einen Clip eigentlich schon dazu, weil sonst fällt es euch auseinander. Ich hole den schnell. Und zwar herbstlich rot. Einfach am Spitz auf der Seite anbringen, rundherum. Und schon habt ihr es schön warm. Herbstlich geht es auch im Winter. Ganz cool. Da braucht es dann wahrscheinlich noch dazwischen eine kurze Daunenjacke oder sowas. Oder im Herbst eine Jeansjacke. Jedenfalls diesen Look finde ich einfach mega, mega speziell. Aber das ist ein Advanced. Madame Kuklerlook. Viel Spaß. Bye, bye. 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 Bye bye.